Wir melden Feuerzauber im Vorfeld Sind wahrscheinlich unsere Ich hab's nur nochmal durchgegeben für Sicherheit Kalle, das waren wir, wir haben einen Ivan runter geholt Dabei hat das aber Alex erwischt Musste abspringen Alles klar, danke für die Info Ja, ich... So, wir drücken leicht an, Schub geht raus auf 0,9 Schub geht raus auf 0,9 Ihr seht das Ziel, wir überfliegen es einmal Wir kommen jetzt noch so ein bisschen schräg rein, ich werd dann gleich über Rolf korrigieren Ja, da bist du ja Bleibt dran, ne, Bomben und so, bleibt dran, drüber andrücken Also schmeiß ich gleich raus 0,9 Atta Nichts schmeißen los Doch, 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 doch Wir schmeißen jetzt gleichzeitig alle rein, ja? Ja, ich halt mich etwas... Ein hoher Kontakt auf unserer 12 Uhr Geht jetzt über Lisa leicht runter Ach, da schieß Feine, Salve ab Okay, kommen wir raus Kommen wir Buchbänder, Buchbänder, Richtung Norden raus Richtung Osten raus, raus 1 zu Atta Raus, raus, raus Osten 1 zu Atta, Viktor Und dann über Lisa drehen Nicht zu steil rücken, Lisa, Lisa, Lisa Und dann über Lisa, Viktor Ja, Flak schießt noch auf uns Aber wir sind schon raus Sehr schön Schaut er denn an Ja, das ist so lange her Aber wir haben die Balle drauf Das wissen kann man nicht Wo wurden Nichts verstanden Ja Wer ist hier noch ein bisschen besser Wer es geht von uns? Rolf Du musst Lisa gehen Wer auch immer hier leicht Rolf geht Flug Adler Erfolgreicher Bombenabwurf Wir gehen jetzt auf Buchbänder 270 Mit 1 zu Atta Frage startet Über Lisa? Ja